Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier auf Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Hallo. So, Hiobs Botschaft gleich am Anfang. Das ist die letzte Folge. Wir werden hier nicht weiterbauen. Das macht mir einfach absolut keinen Spaß mehr. Das ist noch alles nicht so richtig. Im Netzwerk funktioniert es nicht richtig. Vor allem seit der letzten Version, die rausgekommen ist, ist es sehr heftig, weil einige Sachen bei uns jeweils nicht auftauchen oder nicht sichtbar sind. Also es ist ein bisschen merkwürdig alles. Und wie gesagt, also... Oh oh. Tot? Nein, halb tot. Okay. Wie gesagt, also wir wissen jetzt nicht, warum hier dieses Conveyor Belt mit Mal bloß zur Hälfte gefüllt ist. Das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz untersuchen. Und ich versuche mal da ranzuspringen. Ah, die klappt. Lass mal da runtergehen, dann gucken wir mal. Also eigentlich ist der Lift nach oben ausgelegt dafür, dass er alles voll transportiert. Der Lift nach... die Förderbänder, die anderen müssten auch alle dafür ausgelegt sein. Warum mit Mal? Und das hat mich schon beim Kupfer so geärgert. Warum das beim Kupfer mit Mal schon nur halb belegt ist. Ja, das ist schon... Das kommt schon nur halb belegt hier raus aus dem... Ich nehme das da mal weg. Kannst du ein, kannst du ein. Ist das langsamer hier? Irgendwann bremst du es doch raus hier. Warte mal, jetzt ist es voll. Hast du jetzt irgendwas ausgetauscht? Jetzt ist nämlich das Vöderband voll. Da in diesem Knick war es gerade plötzlich aufgehaktikt. Wieso, wenn es da stecken bleibt? Ja, wie gesagt, also es kommt mir ja beim Kupfer genauso vor. Dass da irgendwo Sachen sind, die da irgendwie nicht richtig funktionieren. Also wir haben zwei Ideen, wann wir mal wieder reingucken in das Spiel. Und zwar A, nach dem nächsten Patch. Nach dem nächsten größeren Patch, wenn sie einen rausbringen und nicht immer nur merkwürdige Videos machen. Ist zwar schön und gut, dass da viel Humor mit drin ist in den Videos, aber... Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob man da mit so viel Humor rangehen soll, wenn das Spiel solchen Zustand hat. Ich meine, also für mich ist das jetzt hier... Also netzwerktechnisch ist das wirklich grauenhaft. Also im Netzwerk funktioniert es ganz schlecht. Und das Zweite ist, der Thompson hat sich neue Hardware bestellt und könnte da ein wenig wieder sozusagen was beschleunigen. Vielleicht hilft das hier auch, wenn er denn da mit dem Rechner auch gut mitkommt mit allem. Weiß ich nicht, ob es daran liegt oder ob es da nicht dran liegt, aber... Deswegen, das wird die letzte Folge sein. Die wird auch nicht allzu lang werden. Oh Gott, lag. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn nicht, naja gut, was soll ich machen, ne? Kann ich dann auch nicht ändern. Auf jeden Fall wird das jetzt hier so dann zu Ende gehen. Also wir können doch um noch drei, vier Schmelzen hinstellen, wenn du willst, aber... Eigentlich ist das nur ein... Wir sagen mal Tschüss-Video. Mehr ist es nicht. Tut uns leid. Aber... Oder mir auch. Aber wie gesagt, also die Lust hat... Also das Spiel hat... Jo, 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 jo! Oh, Mann. Oh, Mann. Er rennt hoch auf der einen Seite von dem Ding und dann fällst du gleich auf der anderen Seite wieder runter. Ach. Ja gut, ist halt auch nicht gedacht dafür, dass du da eine Leiter draus machst. Hm. Ach, schwierige Nummer. Echt eine schwierige Nummer da spielen, muss ich ehrlich sagen. Also für mich richtig schwierig. So, also nochmal runter, meine Leiche da unten einsacken. Gut. Äh, Thompson, hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas, wo du sagst, so... Also im Singleplayer, weiß ich nicht, ob du da so weit gekommen bist überhaupt. Ja, da war es bei mir noch nicht so weit, aber... Ungefähr vergleichbar... War es. Vom Spielstand her. Ja, hast du da noch andere Erfahrungen oder... ...irgendwas, was wir jetzt unbedingt noch ganz kurz machen wollen? Oder was du ganz kurz jetzt noch machen willst? Ja, ich hatte damals im Singleplayer schon eigentlich alles. Nur da gab es noch nicht die Lokomotive und so. Ja, sehr gut, aber da kommen wir jetzt nicht mehr hin, ne? Das werden wir jetzt in den nächsten 5 Minuten nicht schaffen. Dingleplayer, wir haben ja auch bemerkt, dass mit den Fahrzeugen und dieser Routenfindung und der Truckstation, dass da im Multiplayer irgendwas sehr verpackt ist, weil ich kann ja nicht ins Inventar schauen davon und ich kann die einzelnen Punkte nicht wirklich ändern und dann auf fahren oder stehen bleiben. In der Autodrive-Funktion, oder wie das heißt, Autopilot. Ja, schade eigentlich. So, wie sieht es hier überhaupt aus bei unserem Öllieferanten? Das sieht ganz gut aus hier, das müsste ziemlich voll sein. Oh ja, das ist auch ziemlich voll. Wie sieht es hier denn aus? An der Kraftstoffstation schiebe ich mal 100 Öl rüber. Oh, unser großer Truck kommt gerade auch angefahren hier. Also ich finde, das ist ganz niedlich gemacht. Also das mit den Truckstations, dass man hier die Trucks so fahren lassen kann. Fährt der jetzt nicht hier über einen Haufen? Nee, müsste da vorne abbiegen, ne? Das ist wirklich, das ist echt gut gemacht. Also da muss man sagen, da haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Die Fahrzeuge sehen auch schön aus, die funktionieren auch gut. Naja, hat auch noch genug Benzin drin. Aber ich denke mal, da wird er sich sowieso mal selber beladen, weil Kraftstoff fährt er eh durch die Gegend. Warum soll er sich nicht in den Tank schmeißen? Ansonsten würde ich sagen, so als Fazit und als Ende jetzt an dieser Stelle, dass ja, Prinzip ganz gut. Also ich sage mal so, die Fabrik, wie wir sie jetzt aufgebaut haben, ist nicht optimal. Aber gut, man lernt halt dazu. Man hätte oder könnte jetzt durchaus an vielen Stellen noch, weil man jetzt ein paar Sachen weiß und kennt, ein bisschen besser bauen, optimierter bauen. Wie zum Beispiel, dass ich hier nicht so ein Werk an Förderbändern übereinander mache und sowas. Dass man das dann halt ein bisschen optimierter hinkriegt und auch von der Höhe, dass ein bisschen, was ist das denn hier für eine Bauart? Naja, kann nur ich gewesen sein. Und ja, alles solche Sachen. Also dass das dann hier nicht so wild aussieht, was sicherlich verdammt viel Performance kostet, diese ganzen Förderbänder, die wir gebaut haben. Ich nehme mal an, dass es wirklich im Singleplayer wesentlich besser läuft als im Multiplayer. Nur für Singleplayer, da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir die Motivation. Ich gebe dir gerne den Spielschirm, du kannst da gerne dran weiterspielen. Und kannst dann da dran aufbauen und machen und tun. Ich kann auch mal vorbeikommen und mal reingucken bei dir, wenn du dann sagst, so ja, guck mal, wie weit ich schon gekommen bin. Ich glaube, was was hier pro Förderband sind, 8 oder, nee, 4 Schmelzen, ne, jetzt so. Was hier runtergeht. Wir bekommen 120 pro, ne. Okay, und wie viele schafft eine? 30. Eine Schmelze schafft 30. Du brauchst noch sehr, sehr viel Platz nach hinten. Also du musst den einmal teilen hier, ne, und dann musst du den hier nochmal teilen. Also hier daneben einen Teiler und dann da noch einen Teiler. Und dann hast du das hier, genau, dann hast du das nämlich auf 15 runtergeteilt. Der oberste teilt das jetzt auch auf 60, 60 und auf 30 hast du es runtergeteilt. Und der Teiler, der denn da kommt, so viel Platz mehr zu lassen? Einer nicht da, ne? Oh, naja, irgendwann hast du keinen Platz mehr, ne? Ja. Ja, ähm. Ja, wird jetzt sterben an der Stelle. Genau, das, also das, äh, wir machen jetzt erstmal, also ich mach jetzt erstmal nicht weiter hier. Äh, wie gesagt, das, ähm, ja. Wenn ich keine Lust mehr dran habe, dann hat es halt eben auch kein, kein großartiges Sinn, dass ich das spiele, weil dann, hier ist noch eine Absturzstelle hier gleich, um eine Ecke. Okay. Die sehe ich jetzt von hier, guck mal. Wo ist das? Hier, hier. Ja. Wenn du hier runter guckst, ist das da eine Absturzstelle. Kannst du ja noch schauen, ob man da Strom verbinden muss, oder so. Vielleicht ist jetzt was cooles drin. Na, ich guck mal, wie weit ich komme hier mit meinen Wänden. Und ob ich da einfach runterspringen kann. Ich könnte mir ja auch mal nen, nen, nen Dings machen, ne? Bisschen Stoff und dann könnte ich mir ja nen Fallscher machen, dann kann ich ja auch mal runterfallen. Aber es wäre zu einfach. Obwohl, ich glaube, das Stück, das kann nicht fallen, das, das müsste ich überleben, dann. Die Schuhe sollten eigentlich auch einiges aushalten. Ja. Ich muss ja nur ewig laufen, dass ich wieder hier hochkomme. Oh, das ging ganz gut. So. Ich guck nicht hier so rum. Rum link tut hier gar nix. E to open. Repairs needed. Needed 40 Megawattstunden. Ah, okay. Also Strom, oder? Ich stelle es da oben hin. Ah, Wire. Ich habe keine Wire mehr. Wie muss ich'n da Strom anschliessen an die Kiste? Einfach nen Mast hinstellen und anstecken. Entschuldigung. Hier mit dem verbinden. Warte, ich habe keinen Wire. So, da habe ich schon mal verbunden. Kann ich da oben keinen hinstellen? Ich habe gleich ein paar Wires. Also Cabrel, besser gesagt. Wieso kann ich da oben, jetzt kann ich von hier oben, von unten nicht das da drauf stellen, den Mast? Warte. So, ich bin gleich soweit. Okay. Diem Fahrer doch blau. Und habe ich noch sitzen können. So, ich habe mal hier da hinten, warte mal. Einen habe ich gesetzt dort. Kann ich den schon bis dann dahin da ran bin? Geht noch nicht. Setz mal noch einen in der Mitte. Wire ist zu lang. Das ist schon da. Ja. Müsste jetzt eigentlich verbunden sein, oder? Ja. Dann kann man das auch machen. Hm. Gut. Wie gesagt, sowas sind alles, sind schöne Sachen, die man hier alles findet und alles ist auch toll. Einen Hard Drive habe ich hier drin. Okay. Und was war es denn? Mehr finde ich hier nicht? Ja, das kann man dann analysieren. Ah ja. Nein. Und dann kommt so ein alternatives Rezept heraus. Okay. Na gut, dann gehe ich da nochmal hin. Also wie gesagt, du kriegst den Spielstand und von mir kannst du damit dann tun lassen, wie du willst. Und machen, was du möchtest, ne? Das ist dann halt weiter schlimm. Und ja. Gut. Hast du sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest? Was Kleines nochmal? Wir sehen uns dann, wenn wir gemeinsam spielen, ja nur in Armored Warfare dann erstmal wieder. Ja. Ein anderes Spiel, was wir zusammenspielen, haben wir ja jetzt erstmal nicht. Muss ich jetzt mal eine Stelle finden, wo ich ja einigermaßen heil runterkomme. So. Könnt ihr eigentlich auch mal ein paar Früchte essen, ne? Wo ist das hier? Ihr ließt wirklich nicht. Pale Berries. Kann ich doch essen, ne? Oder wie war das? War nur eine da dran? Was ist denn das? Neckere habe ich hier noch. Na komm, die bringe ich dir auch mal mit gleich. Komm her. Connect den Green Power Slug. Gut. Dann noch einmal zum Mem die Festplatte einlegen und dann werden wir uns auch voneinander verabschieden. Das eine Lager scheint schon voll zu sein, aber das transportiert jetzt nichts mehr hoch. Mhm. Boah, ruckel, ruckel. Ruckel die Katz. Na, auf jeden Fall. Ruckel die Katz. Wo ist nur unser... Da kann ich mal so weit weg, ne? So, meine Lieben. Da der Thompson nichts mehr sagen will, würde ich sagen, ich packe die Festplatte hier rein. Wie geht denn das? Input? Hard Drive. Oh, Computer können wir auch reinbauen da. Okay. So, das dauert jetzt ganze 10 Minuten, analysiert er jetzt. Und... Ja, die Folge ist an dieser Stelle beendet. Das Let's Play jetzt erstmal auch, sagen wir mal, schwer pausiert. Ähm, wie gesagt, nach dem nächsten Patch gucken wir auf jeden Fall nochmal rein. Äh, gucken wir mal, ob es sich dann mit dem Netzwerk ein bisschen verbessert hat. Und was wir natürlich noch machen werden, ist, wenn die neue Hardware da ist. Äh, die müssen wir ja testen. Dann werden wir auch nochmal hier reingucken, ob sich dann hier was verbessert oder nicht. Ob es denn daran liegt. Und... Wenn es daran gelegen haben sollte, dann machen wir natürlich auch ein bisschen weiter noch. Ähm, ja. Wie gesagt, tschüss. Servus.